16-14 auf Inferno für Gambit gegen Valions und auf Train ging es dann 16-10 aus. Und wir haben ein leichtes inneres Line-Up im Puls ist mit dabei bei Valions. Der hat vorhin auch schon gespielt. Hä, hab ich da jetzt... hab ich da jetzt was falsch abgespeichert? Nein, hab ich nicht... nee, das Line-Up gehört so. Sorry. Ich hatte den Puls einfach komplett falsch eingeschaut. Boah! Black Violino zerlegen den B-Spot ziemlich schnell. Bombe ist, äh... schaut zwar aus als wär sie geplantet, ist sie aber nicht. Und das ist derjenige, der gerade versucht, davon abzuhalten, die Bombe weiter unter Feuer zu halten. Ja, aber wie kommen sie denn jetzt dahin? Die müssen sie ja irgendwann aufheben. Und man muss es wieder ablenken. Lettny muss sie währenddessen Xantarys-Engine fällt auch. Und Major ist der einzige überlebende Türke auf dem Gerber. 1-0 für Valions. Die legen dann noch schnell die Bombe. Das gibt nochmal ein bisschen extra Geld für den Planter. Und die Pistol-Rounds schnell auf den B-Spot gegangen. Lettny war schon von Anfang an der Runde eigentlich ziemlich tief drin gestanden. Seine Teenage waren dann noch relativ weit hinten. Diese Maus ist echt wichtiger. Ich mag die. Und Space Soldiers konnte B einfach nicht mehr kontrollieren. Also guter Start für Valions. Ich habe ja gerade schon gesagt, sie haben gegen Gambit 16, 14 auf Inferno gespielt. Ich erwarte also ein wahres Strategie- und Taktik-Feuerwerk von dem Jungs. Um Neno. Ein Urgestein der CSGO-Community. Neno, Hunter und Lettny spielen schon seit Ewigkeiten. Also Hunter, nicht ganz so lang in dieser Konstellation. Aber Lettny und Neno sind schon, ich weiß nicht, seit Jahren Teammates. Damals auch noch mit Chef gespielt. Aber ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nicht jeder ist seit 5 Jahren ein CSGO-Caster. Da kriegt man halt so einiges mit. Und wenn ihr die Namen euch nicht so viel sagen, seid nicht überrascht, wenn die gut spielen. Das ist alles, was ich gerade sagen wollte. Lettny killt Kalyx. Und Pass zieht sich dementsprechend auch auf den Spot zurück, um wenigstens noch ein Kill zu bekommen. Xantarys hat eine gute Zeit mit dem TZ-Arbeit. Aufmerksam gespielt von Nemi. Nenjin stirbt auch. Und Major wieder alleine. Ach, warte. Emi! Oh Gott. Nicht Nemi. Sorry. Wir sind auch verhältnismäßig alt, in Anführungsstrichen. Also ich habe ja gerade über Neno und Lettny geredet. 24 und 25 Jahre alt. Wenn man sich hier mal... Wie alt ist die weiß? 22, glaube ich. 21 Sekunde. Ich muss gerade nochmal nachschauen. 22. Und das für CSGO-Verhältnisse ist schon so ein reiferes Alter, sage ich mal. Und ich wollte euch noch sagen, wie die Scores zwischen Hellraisers und Space Soldiers waren. Jeder, der es nicht gesehen hat. Mirage ging 16-14 an Space Soldiers, obwohl Hellraisers 13-2 vorne war. Infernung wurde dann von Hellraisers sehr eindeutig gewonnen mit einem 16-7. Und auf das 2 gab es eine richtige Klatsche. Ein 16-5 für Hellraisers. Also in der ersten Map hat Space so, dass ich nochmal richtig gut zusammengerissen habe. Danach war der Sprit leer. Gut von Hunter aufgepasst, dass Major dann nicht irgendwelche Spritzen anfängt mit seiner CZ. Und ja, dann machen wir das Game noch ein bisschen leiser. Und hier ein bisschen lauter. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert. Okay, und naja, die CZs haben wenigstens Neno gekillt. Der hat sich aber vorher auch 2 gegönnt. Und so viele SMG-Kills, wie wir Lions gerade gemacht hat, ist ihm das herzlich egal. Bye. Ich bitte um gegenseitige Rücksichtnahme. Nicht jeder hat den Stream jetzt schon seit Beginn dieser Übertragung an. Deswegen sage ich es einfach jetzt nochmal für alle. Ja, anscheinend bin ich etwas zu leise. Wir hatten gerade auch Techniker da. Das Schnarren sollte jetzt weniger sein, zumindest. Und ich kann euch auch gleich noch erklären, was im Hintergrund passiert ist. Dann versteht ihr das, aber erstmal konzentrieren wir uns auf die Waffenrunde, denn die ist schon am Laufen. Valainz hat nur die 1 AK nachgekauft, da Neno vorhin gestorben ist. Die Mac-10 und die MP7 behalten. Und jetzt gehen sie auf den B-Spot. Emi soll den Anfang machen. Mit der Mac-10 ist er natürlich einer der mobilsten Spieler. Ja, genau. Und Hunter mit der MP7 wäre dann der zweite in der Riege. Der muss aber noch aus der Mitte rotieren. Das dauert noch ein Stückchen. Jetzt bereitet sich den B-Spot vor. Da stehen jetzt aber auch schon 30. Okay, ist einfach so ein Stadaris. Wird aber super schnell von dem Puls geschnappt. Engel in die Ecke des Spots von Lettny rausgenommen. Pass hat zwischendrin noch einen gekillt, aber der Spot ist verloren. Die Bombe wird auf jeden Fall geblättet werden. Im 3 gegen 3 hat Space Soldiers aber noch ganz gute Chancen zurückzukommen in die Runde. Vor allem, weil Lettny auf 12 HP nur runtergeschossen wurde. Und Impuls hat 56. Das gibt auch für die M4s schnell mal einen One-Shot-Headshot. Vielleicht ein Stadranger. Schönes Phrase. Ein Impuls. Hunter mit dem Trade. Aber Calix und Pass gewinnen die Runde. Trotzdem, die erste Waffenrunde geht an Space Soldiers. Aber Valens hat drei Leute mitgenommen, Bombe gelegt. Sie hatten vorhin schon so viel Geld angespart. Jetzt gibt es einen kleinen Loser-Bonus eben auf dieses gesparte Geld obendrauf. Also haben hier 8.000 Dollar fast jeder in dem ganzen Team. Dementsprechend auch sofort den Full-Buy von Valens. Und ja, die Sache ist die, dass wir im Moment etwas umbauen und uns deswegen das Studio teilen. Mit zum Beispiel Dota. Und bevor ich ins Studio gekommen bin, war eben eine Dota-Übertragung. Und die wurde eben dann mit dem Soundboard auch gemacht. Logischerweise sind wir im gleichen Studio. Und die Einstellungen waren auf die Stimme angepasst. Und das hat eben dann dazu geführt, dass wir das leise sind. Mit 15 HP nur am Spot. Stürzt relativ schnell. Und so schnell ist es. 5 gegen 3. Pass. Hat nur 8 HP. Muss ich da zurückziehen. Die CTs saven sofort. Da können sie nichts mehr dran ändern, dass Valens sich die Runde holen wird. Und sie müssen sogar hoffen, dass sie ihre drei Waffen überhaupt in die nächste Runde mitnehmen können. Dank des Kays gegen Hunter haben sie sich schon mal etwas eröffnet und sind durch die Apartments entschwunden. Emi schon wieder auf Abfangkurs. Darf es aber auch nicht übertreiben. Also jetzt hier einer nach dem anderen irgendwie auf die Exit-Tracks zu gehen, ist ein bisschen übertrieben. Emi, schau da mal, wo die CTs sich so befinden. Aber die haben sich in den Apartments verkrochen. Und da werden sie auch erstmal bleiben. Valens lässt also eine Runde durch. Und dann sind sie wieder zurück. Das heißt, die CTs müssen sich jetzt gegenseitig wachen. Ja, mit 2000 Dollar bei Major. Da ist nicht so viel zu holen für sie gerade. Ja, Engine und Santaris brauchen einen Drop. Und Santaris kann sich zumindest Full Armor kaufen. Es ist die Frage, ob er es überhaupt machen sollte. Der Helm ist jetzt vielleicht nicht so ausschlaggebend. Engine und Major mit zwei UMPs bewaffnet. Santaris kriegt sogar die M4. Und Valens startet in die nächste T-Runde. Wieder mit zwei Spielern unten an der Banane. Und dann muss er aber auch was Emi stept in den Molotov. 20 HP und dann kommt die Nate hinterher. Major mit dem ersten Kill in der Runde. Der Space Soldiers hat die Banane unter Kontrolle. Und Kellix ist jetzt derjenige im Fokus. Pass kann ihm zum Glück erstmal den Rücken decken. Aber Kellix konzentriert sich immer noch kurz. Jetzt kommt der Kling Neno. Der nächste Trade für die T's. Sie haben den A-Spot eingenommen. Aber geblendet werden muss noch. Impuls. Nicht gerade ist die 4. Litany deckt ihn noch von den Apartments. Muss aber auch erstmal zum Balkon vor. Oh, okay. Er geht über den Hausmeister. Wieder raus. Und kann dadurch besser. Santaris wird schon erwischt von ihm. Die Position von Litany bekannt. Impuls chillt einfach nur in der Pit. Und killt der Major durch die Smokekante. Litany jetzt am Ausrasten. Geht über den Puls. Hat Engine schon gesehen. Sie dürfen sich übertreiben. Kommt sich noch gar nicht so schnell. Engine mit 20 HP jetzt. Gegen die Pit. Mit dem Hightshot gegen Impuls. Das 1-on-1. Aber Engine hat kein Kit. Und deswegen wird die Runde an Valerians gehen. Knappes Ding nochmal gewesen. Litany verfolgt ihn sogar noch. Aua. Das war knapp. Engine überlebt. Aber die Runde geht an Valerians. Also die Serben überzeugen auf Inferno. Fast wie gegen Gambit. In dem 16 zu 14 gegen Gambit verloren. Ja mal schauen. Wie weit das noch so geht für Valerians. Darius und Co. Haben jetzt nur die AK von Engine. Da hat es schon Kontakt gehabt. Und Amy. Das war unnötig. Darius und Santaris kriegen jeweils einen Kill. Und Santaris steht immer noch mit der USP. Schießt Litany auf 50 und 40 HP runter. Major und Engine haben echt eine gute Chance nochmal die Runde zu drehen. Ei. Hunter entledigt sich Engine. Und... Tja. Major schießt ihm in den Kopf dafür. Die Rache ist süß. Major kann aber ohne Armor nicht ehrlich retaken wollen. Und deswegen rennt er auch weg. Versucht die AK für die nächste Runde zu saven. Da gibt es nämlich wieder einen Full Buy für Space Soldiers. Und eine AK dabei zu haben ist Gold wert für die CTs. Und... Und... Ähm... Ja. An alle, die jetzt gerade hier den Sound diskutieren. Ihr wisst nicht, was wir hier für Technik benutzen. Also... Chillt einfach. Die haben das schon im Griff. Auch wenn es vielleicht nicht den Eindruck macht. Ähm... Es ist eben was anderes, ob man zu Hause immer nur an seinem eigenen Rechner sitzt. Oder ob man eben auch mal an anderen Setups überträgt. Und so weiter und so fort. Das ist... Das ist... Ich lege euch vor. Ihr geht in den Büro und ihr habt jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz. Da ist eben immer mal wieder was anders eingestellt. Und das ist einfach ganz normal. Also... Keine Panik. Ich denke, wenn man jetzt nicht auf die Goldwaage alles legt, dann müsste das schon passen mittlerweile. Der Hunter schleicht sich durch die Apartments in den A-Spot. Sehr cheeky von ihm. Aber im Endeffekt vorbereitet durch Valions vor der gegangenen Runden. Jetzt kommt es da was an, was Pass in der Action macht. Nicht viel. Ein Kill. Und dann... Oh, Major wurde von Amy Undersmoke erwartet. Also Valions vernascht, aber lässt sich nicht vernaschen. Das sind so richtige Pralinen-Konnoisseure gerade. Die haben die feinsten Trüffel gerade ausgepackt. Also einerseits, dass... Äh... Dass... Wer war es? Hunter hier durchkommt. Und auf der anderen Seite, dass hier an der Smoke abgeaimt wird. Also das war jetzt hier auch ein T. Dass die Smoke abgeaimt wird, sodass Major, wenn er versucht, Cheeky zu werden, sofort abgefangen wird. Und dadurch nicht den Teammates des T's in den Rücken fallen kann. Engine und Xantarys versuchen verzweifelt zu save. Und die Bombe geht gleich hoch. Das heißt, sie werden es wahrscheinlich schaffen. Ja, die Smoke schützt Xantarys natürlich auch. Und da ist noch ein Stück renzlig. Er stirbt sogar noch am Ende. Ein Engine, der einzige CT, der am Leben geblieben ist. Full Buy wird so oder so nicht. Sie können jetzt ein bisschen Geld investieren. Sie haben jetzt gleich den Full-Loser-Bonus. Mit 3.400 Dollar kriegen sie genug Geld nach. Ja, so ein paar Pistis könnten sie sich leisten. Da gehen sie auch auf die CZs mit Armor und Ideal für zwei Spieler. Aber es gibt kein Stack von Space Soldiers. Also bin ich mal gespannt, wie die Runde so anfängt vor allem. Oh, oioioi, Engine wird aber ganz böse von den Nades zerpflückt und dann fliegt er um die Ecke, wirft die M4 praktisch weg. Und Emi klotzt nochmal rein. Schöne Shots von Valais, 4 gegen 2. Totalis hat 15 HP, hat sogar mit der Diegel nochmal getroffen. Oh, Calyx. Er schießt dann Hunter hauptsächlich vorbei, der hat noch 9 HP. Totalis hofft mit gedrückten Daumen. Dass ihm einer reinläuft. Litany läuft auch mit der Flash im Gepäck. Und die hat er eigentlich eher dafür benutzt, Xantaris zum Umdrehen zu bewegen. 8 zu 1 für Valais. Also ich hatte mir ja Hoffnungen gemacht, dass sie sich eine Map schnappen oder vielleicht sogar mehr erreichen können gegen Space Soldiers. Aber dass sie gleich so eindeutig in Führung gehen, auf der T-Seite. Nice. So, Engine. Oben an der Banane, zusammen mit Major. Jetzt haben sie zwei AWPs, Space Soldiers, mit dem Doppel-AW-Setup. Oft, die letzte Möglichkeit für die CTs. Der ist sozusagen der Joker, den sie ziehen. Wenn gar nichts funktioniert. Außerdem bei dem Score auch kein Wunder, dass Space Soldiers nicht früher zur AWP gegriffen hat. Also zur Doppel-AWP. Weil sie einfach auch das Geld nicht hatten. Jetzt haben wir Xantaris an kurz. Der wird supported von Calyx in der Pit. Und die T-Seite warten diesmal sehr lange ab. Hunter wieder auf seinen üblichen Lurk-Wegen unterwegs. Im Teppich. Emi pusht die Banane nach oben. Und Major geht entgegen. Er schaut jetzt gleich in vier T-Seite rein. Den ersten hat er schon ab. Oh, den zweiten hat er auch noch abgeschossen. Gut gemacht von Major. Vier gegen drei jetzt. Pass. Wechselt die Position? Doch nicht, oder doch? Oder doch nicht? Er weiß es selber nicht. Lettny kickt Xantaris und der A-Spot ist angreifbar. Calyx ist jetzt oben in der Edz-Ecke. Im Ninja-Eck. Sein Name ist nicht wert. Pass killt Hunter. Acht Sekunden auf der Uhr. Die Bombe wird aber gelegt von Lettny. Zwei gegen zwei. N-Gin und Pass stehen beide an lang. Oh! N-Gin ist Pass reingelaufen. Und Lettny killt ihn. Pass konnte nicht abdrücken. Er hätte so gerne geschossen. Vielleicht hat er beide geflogen. Lettny lässt einen niemanden entwischen. Vier Kills für ihn in der Runde. Und Valiance baut ihre Führung weiter aus. Die sind gerade unstoppable. 9 zu 1 für den Underdog. Ihr Manager ist gerade in Berlin. Wir werden uns hoffentlich an diesem Wochenende noch treffen. Lustigerweise. Der liebe Petzer. Und wow. Und dann kommt jetzt auch die Pause von Space Soul. Das ist etwas verspätet, muss ich sagen. Also da kann man schon früher pausen. Erst bei einem 9 zu 1 zu sagen, Leute, wir ziehen die Reißleine, finde ich etwas spät. Und Valiance besteht aus drei Serben. Einem Bosnier und einem Mazedonier. Der Mazedonier ist Neno, der Bosnier Hunter. Viele kennen ihn vielleicht wegen seines etwas bekannteren Bruders. Äh, nicht Bruders. Familienmitglieds. Ich glaube, sie sind Cousars. Oder Bruder? Ne, sie sind ziemlich sicher Cousars. Sie nennen sich nur Bro gegenseitig. Aber so oft wie heutzutage Bro benutzt wird, ist ja jeder, jedes, jedem sein Bruder. Also Hunter ist verwandt mit Nico. Um das mal kurz zu sagen. Nico sollten wir alle kennen. Und jetzt steht Valiance vor dem B-Spot. Hunter wieder am Lurken, diesmal aber sehr defensiv. Also wartet jetzt darauf, dass die CTs ihn counten. Sehr gut und sehr aware gespielt von ihm. Und dann wieder mit der CT. Und was ist denn das? Ja, der schießt da irgendwo hin. Und dann Emi plötzlich nur noch 21 HP. Das ist echt ätzend gewesen gerade für Valiance. Die drehen auch direkt um. Aber Space Soldiers rotiert auch nochmal. Pass geht rüber zum A-Spot. Santaris folgt ihm auch noch. Aber Valiance bleibt stehen. Super krasser Call von Valiance. Sie faken die Rotation, indem sie lange nichts zeigen. Jetzt arbeitet sich Neno in der Mitte nach vorne. Das sollte das Schicksal von Space Soldiers eigentlich besiegeln. Die werden nie und nimmer checken, dass es jetzt den B-Go gibt. Valiance kontaktet sich nach vorne. Jetzt kommen die Nails. Major kann jetzt die Rotation fahren. Aber das ist zu spät. Wenn er nicht zweifelig macht, geht das in die Hose. Der hat ehrlich gesagt noch gut Schaden verteilt. An Major liegt es sicher nicht. Eigentlich an niemanden bei Space Soldiers. Ja, also, dass sie die Runde verloren haben. War einfach gut gespielt von Valiance. Und jetzt wieder mal Lob für das Team um Neno. Hunter ist lustigerweise ein oder zwei Jahre älter als Nico. Aber wie so oft. Der ältere Bruder inspiriert. Oder der ältere Verwandte. Also, bei mir waren es die älteren Brüder. Inspirieren. Und die Jungspunde werden damit infiziert. Und setzen das gleich um. werden dann, äh, besser. Ihr kennt es nicht. Der jüngere Bruder anfängt Fußball zu spielen. Wenn er fünf ist, weil du angefangen hast, weil du sieben warst oder so. Ist ja klar. Hat er zwei Jahre vor. Die nächste Waffenrunde für Space Soldiers. Diesmal gibt es nur zwei Spieler in der Banane. Zwei AWP ist auch dabei. Eine in den Händen von Ranger. Die andere bei Pass. Der ist jetzt, ja, der ist jetzt gegen Hunter unterwegs. Der war ihnen ein Dorn im Auge. Und dieses Anti-Hunter-Setup hat funktioniert. Calyx von oben. Pass hat unten nur gedeckt. Der bleibt da auch. Solange Calyx den Hausmeister unter Kontrolle hat, muss sich Pass nicht unbedingt um, äh, sein Leben fürchten. Er muss nicht um sein Leben fürchten. Einzige Möglichkeit wäre, nachdem das Major unter Druck in der Banane. Ich auch gleich wieder zurück nach dem Molotov. Mal eins hat sich da gezeigt, wird aber gleich wieder rotieren. Zu dritt gehen sie auf den A-Spot. Oh, Nenu fängt nochmal an mit mehr Equipment noch. Den Rest brauchen sie aber jetzt für A. Oh, das schaut ganz schlecht aus. Calyx und Pass schlagen jeweils nicht mehr zu. Vitares kommt von lang und Nenu ist alleine mit 35 Sekunden auf der Uhr. Schön nochmal von der Flash weggedreht. Aber er ist im Kreuzfeuer, das weiß er auch. Er wird auch gepusht. Er geht aber durch und spätestens wenn er in der Mitte ist, muss er sich die ganze Zeit um 180 drehen, um sowohl seinen eigenen Rücken als auch seine eigene Frontseite zu decken. Das geht auch nicht, wenn man 10 zu 1 vorne ist. Dadurch wird es ein 10 zu 2. Space Soldiers arbeitet sich zurück ins Game. Wie weit schaffen sie es zu? ist es zu? Und er trifft ihn sogar noch. Oh man, Kalix, über kurz jetzt nachgeschoben. Engine muss dieses Duell gewinnen. Emi hat nur eine Wechsel. Die tun sich verdammt schwer. Kalix aber, der Retter in der Not und der Schuss gegen Emi. Da nochmal. An der Kante entlang, vorbeigezirkelt, angeschnittene Kugeln. Kann man eigentlich Musketenkugeln anschneiden? Wie geht das? Also, als Mensch wahrscheinlich nicht. Da müsste man ja schon sehr krasse Koordination haben, die Waffe so schnell zu drehen, dass sie dann nicht schießt. Aber so eine Maschine, die Kugeln um Ecken schießt. Oder so zumindest gebogen. Das wäre doch mal lustig. Ah, da müsstest du, glaube ich, eine extra Muskelkette dafür bauen. Ah, vielleicht kennt ihr jemanden, einen YouTuber, der das mal gemacht hat. Es gibt ja die verrückten Sachen. Solange es YouTube noch gibt. Bald wird das wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, wenn sie ihren Algorithmus weiter so verhunzen. Hat da wahrscheinlich niemand mehr Bock drauf. Aber wir konzentrieren uns wieder auf CS und auf Space Soldiers. Denn die brauchen die fünfte Runde. Major, schieß durch. Trau dich. Tu es. Tu es. Jetzt wäre es natürlich blöd zu schießen. Steht da niemand. Val 1 auf der Map verteilt. Hunter wieder in den Apartments. Lettny deckt einfach nur die Mitte. Und jetzt schlägt Major zu gegen Neno. Drei Leute an B von den CTs. Die Gelegenheit gerade. Jetzt durchzubrechen für Val 1. Wenn die Spoke dann becadet. Emi kann Major killen. Ja, das schafft er auch. Hunter checkt den Spot. Er hat noch nicht gehört. Er wollte gerade zu B rotieren. Jetzt killt er den. Auf dem Weg. Santaris geht zurück nach Kurz. Währenddessen räumt Emi den B-Sport clean. Und Santaris weiß nicht, wo er hin soll. Pass und er haben jeweils von ihren Teammates gegensätzliche Calls bekommen. Lettny wollte gerade überlang in den CT-Spawn einbringen. Klingt davon. Pass. Eine serviert. Drei gegen zwei. Fünf Sekunden auf der Uhr. Plant geht durch. Ganz knappes Ding. Überall 1. Jetzt der Retake. Pass und Santaris. Wer, wenn nicht diese beiden Spieler, könnten für Space Soldiers so eine Situation gewinnen? Oh, da kommt die Resmoke. Das ist bitter für die beiden Jungs. Pass. Ah, da drehen sie auch sofort wieder um. Santaris sichert schon den Rückzug für Pass. Der muss sich jetzt sagen, er ist ein, damit er nicht von, äh, fadenden Smoke oder durch die fadende Smoke gekillt wird. Er ist ja fast trotzdem gestorben. Alleyes ist also zum 11 zu 3 gekommen. Wieder super schönes Ausblick zu Alleyes. War dann selbstverständlich mit sechs Sekunden auf der Uhr und dem Plant auch ein bisschen glücklich. Aber man hat es gesehen, Space Soldiers hatte drei Spiele an B. Die wurden alle gefakt von Amy. Der dann hier auch noch Major killt. Dann wollen die CTs eigentlich weiter verschieben. Dann fällt hier Calix. Dann wollen sie wieder zurück verschieben. Dann killt Amy hier nochmal einen. Dann verschieben sie wieder zurück. Und am Ende sind alle CTs irgendwie in der Mitte und nicht mehr auf den Spots. Weil Santaris zu B wollte und Pass zu A. Und, äh, so schenkt sich ein schöner Schuss von Impuls gegen Major. Aber hinter der Ecke steht noch Santaris. Und er hat ziemlich Angst bekommen. Und das zu Recht. Impuls pusht einfach mit der AWP weiter vor. Pass. Jetzt abgesmoked. Keine Chance für ihn. Drei gegen drei zwar. Wenn er die Construction unter Kontrolle hält, können sie retaken. Das ist verdammt schwer. Letany hat keine Chance da. Äh, äh, Calix hat keine Chance gegen Letany. Das ist die letzte Runde der Halbzeit. Also, saven ist nicht mehr. Die müssen es versuchen. Und wie gesagt, die Chancen stehen da gar nicht so... Oh, Engine! Der Gegner steht so offen und der sieht ihn nicht. Er hat halt... Oh, damit... Eigentlich... Die Eröffnung verpasst. Also, das war echt sehr unmöglich. 12 zu 3 für mal 1. Den Engine... Also, die beiden Bananenspieler sind abgesmoked. Auch wenn die Smoked nicht perfekt lag. Er kommt hier rein. Schaut den Spieler nicht. Wenn er den killt... Sofort killt. Die beiden kommen. Und sich dann um die Bananenspieler kümmern. Von innerhalb des Bots. Ist möglich. Ai, ai, ai. Was bespricht Spacehook das jetzt in der Pause? Sie müssen die Piste gewinnen. Also, das ist, äh... Sicher... Äh... Konzentriert euch doch einfach aufs Spiel, ja? Ist doch egal, woher die Leute herkommen. Wir spielen alle Counter-Strike. Ja? Darauf sollten wir euch konzentrieren. Nicht auf die Unterschiede. Konzentriert euch mal auf die Einheit, ja? Die sind alle leidenschaftliche Gamer. Die sind alle Counter-Strike-Spieler. Wie kann man sich denn auf sowas Engstirniges wie irgendwelche Grenzen oder Sprachen beschränken? Ist unglaublich. Ich verstehe es einfach nicht. Feiert doch einfach, dass Valions gerade so gut spielt. Dass Space soldiers sich vorhin zurückgekämpft hat im Spiel. Dass sie eigentlich schon längst verloren hatten gegen Heroic. Und wir hier super gutes CS sehen. Also, wo ist denn da bitte bei euch der Haken? Unglaublich. Also, Space soldiers. Auf der T-Seite. Müssen sie die Pistole holen. Ich hab's gerade schon gesagt. Das leuchtet hoffentlich jedem ein. Und sie wollen es überladen versuchen. Das ist aber ein gutes Setup von Valions. Neno und Impuls stehen da zu zweit. Und glücklicherweise für Space soldiers entschließen sich dann doch nochmal rumzudrehen. Engine faket so ein bisschen den A-Spot. Vielleicht läuft das auch ganz gut. Emi ist im Moment alleine an B. Und das ist die große Hoffnung für Space soldiers. Jetzt Emi. Im Scheinwerfer liegt. Er zieht sich zurück. Da darf er nicht zu lange bleiben. Er wird wahrscheinlich sogar umlaufen. Nein, er wird nicht umlaufen. Jetzt hat er den Support von Neno. Oh, der steckt ganz schön was durch die Smoke ein. Es wird ein 5 gegen 5 Retake. Oh, das wird spannend. Ja, wer drückt jetzt die Shots? Das Gute für Space soldiers. Die CTs müssen mit der UN2 auf Close Range kommen. Und das ist natürlich gegen die Glock richtig schlecht. Pass zeigt schon, woran das liegt. Zwei Headshots mit der Glock. Da kommt der Dritte hinterher. Und Legney ist auch Geschichte. Space soldiers gewinnen die Pistol Round. Dank einem Triple Kill von Pass. Dank eines glücklichen Calls, sage ich mal so. Sie waren schon kurz davor A lang. Also sie wollten A eigentlich nur faken. Sie waren jetzt nicht so, ja wir gehen A. Und haben sich dann nochmal umorientiert. Sondern sie hatten hier einfach nur kurz sich gezeigt. Damit die CTs sich ein bisschen auch drauf konzentrieren müssen. A lang zu halten. Und dann war halt glücklich für Space soldiers, dass Emi ganz alleine war im B-Spot. Und die Möglichkeit zu kommen. Für die... Raumsoldaten, genau, Raumsoldaten. Ich hatte irgendwie gerade nach dem richtigen Wort gesucht. Universum wäre falsch. Auch wenn damit das Weltall... Die Weltallsoldaten wären natürlich auch möglich. Oder die Leertastensoldaten. Es kommt ja drauf an, wie man es übersetzt. Denn jeder Sprache mehrere Worte für das gleiche. Das Wort Physik würden sie ganz gerne am Ende noch in den Mund nehmen können. Der Lions hat aber drei Spieler auf dem A-Spot. Eine CZ auf dem Mund. Die zu fünf. Oh, schöne Schotten. Da kommt die Früchte. Der Früchte, der Früchte, der Früchte. Noch vorbei. Neno mit der CZ. Und Sattara ist das Super-Low. Lettney mit dem Double-Kill. Neno hat auch zwei gekriegt mit der CZ. Und Valaiens gewinnt diese zweite Runde in der Einzeits. Und das war jetzt so unglücklich für Space Brothers. Was sollen sie machen? Irgendwann muss sie auf einen Spot gehen, wenn dann Valaiens so ein ekelhaftes Setup wählt. Richtig nice der Call von Valaiens, dass sie sich so auf den Spot stellen. 13 zu 4 jetzt. Die die hauptsächlich Serben... Die mich gerade richtig begeistert spielerisch. Es ist der Map-Pick von Valaiens. Mirage ist die zweite Map. Und falls wir es brauchen, wird das zwei die Entscheidung. Engine mit der CZ. Ganz oben an der Banane. Er hat natürlich seine Teammates mit dabei. Neno und Emi stehen jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Und Xantarys da die Smoke reinschmeißt, was 100% interessiert wird. Dann sieht zumindest einer nichts. Dann hoffen sie einfach mit ihren Sprays was zu kriegen. Aber die CTs haben ihrerseits abgesmoked. Und dadurch müssen die T's sich noch ein bisschen gedulden. Gehen erstmal wieder zurück in die Mitte. Schauen, ob da jetzt jemand kommt. Und da zeigt sich keiner der CTs. Vielleicht gibt es jetzt für die Space Soldiers sogar die Möglichkeit, auf den A-Spot zu gehen. Calyx bleibt oben an der Banane. Major mit der Scout und der Bombe. Jetzt wollen sie den B-Spot spielen. Vollkommen verrückter Call von Space Soldiers. Vielleicht geht er genau deswegen auf. Unerwartet für Valaiens. Emi ist schon down. Impuls mit einem Kill. Hunter dreht sich nach hinten um. Selbstverständlich muss er da schauen. Überrasch. Oh, der 1-1-2. Und der Trippelkill mit dem Headshot. Das war's. Zwölf Sekunden auf der Uhr. Space Soldiers hat keine Chance mehr. Auch wenn es Santaris ist, der oftmals der Held ist für Space Soldiers. Und das schafft auch er nicht. 14 zu 4. Valaiens gewinnt die Runde, obwohl Space Soldiers hier einen richtig nicen Call gemacht hat, der auch noch aufgegangen ist. Sich aber in einem Force Buy nochmal zu splitten und den B-Split in einem Force Buy... Also, was heißt Force Buy? Es waren Upgraded Pistons. Das war schon verrückt. Aber genau deswegen ist es eben unerwartet. Wenn du sagst, ja, der Gegner hat wahrscheinlich wenig Geld. Was erwartest du dann? Dass sie zu 5 auf den Spot kommt. Und nicht, dass sie zu 3 flitten. Ja, das war natürlich Dank Hunter mit seinem 180-Degree-Kill und dann den dritten Headshot. Also Pass chancenlos gegen Lettny. Galil Force Buy von Space Soldiers mit 4 CZs und einer Galil. Das fängt schon mal gar nicht so schlecht an jetzt für Space Soldiers. Das 5 gegen 4 Defizit wieder ausgeglichen. Und jetzt kommt es auf Lettny drauf an. Das kreiert sich die Kehle, aber Calix ist schnell. Calix wacht auf. Der hat im ersten Match noch nicht so stark ausgesehen für Space Soldiers gegen Heroic. Äh, gegen Hellraisers. Ist ja beides mit H und R. Ist ja klar, dass ich dann die Teams verwechsel. Impuls kommt über den Teppich. Der Retake wird ein Fly für Valiance. Uh, die Flash sind gerade noch so mit dem Stray gegen Major. Jetzt muss er nachladen. Er hat Engine fast noch gekillt. Jetzt Impulse. Ninja explodiert. Kriegt da auch den Kill. Und Kit haben sie auch. Valiance wird 9, äh, 11 Map Points haben. Gegen Space Soldiers. Aber ich erinnere euch nochmal dran. Es ist der Mapping von Valiance. Sie haben Gambit zu einem 16 zu 14 gezwungen. Valiance hat sich in, vor allem in letzter Zeit, immer mehr herausgearbeitet. Aus dem Wust von Low-Tier-Teams, ähnlich wie Space Soldiers, vor einem Dreivierteljahr, Jahr angefangen hat, immer öfter, immer besser zu spielen. Und ja, das sind eben Teams, die oft in diesen ganzen, ja, in diesen kleineren Online-League-Spielen, in irgendwelchen Wettseiten, gesponserten Turnieren und so weiter und so fort. Und sich da eben die Erfahrungen sammeln. Und das ist eben so wichtig. Wenn du jahrelang immer wieder international erfunden hast, irgendwann bist du eben gut genug, um auch durchzubrechen. Deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, dass die deutsche Szene auch endlich in der ESEA, Mountain Dew League und so weiter etwas stärker vertreten ist und sich da auch mehr drauf konzentriert. Und nicht nur in irgendwelchen deutschen, äh, Ligen sich konzentriert und da mehr oder weniger auf dem Bild. Der Engine hat hier im Winter-Lagged. Das geht auch, dass ich brauche mich da und das wäre nicht passiert, dass ich mich gelaggt hätte. Naja, er hat einen 6er-Ping. Wir wechseln mal zu Engine. Der hat immer noch nichts gekauft. Ja, der ist offensichtlich vom Server geflogen. Ja, der bewegt sich gar nichts. Also haben wir eine kurze Pause. Ist natürlich dumm gelaufen jetzt für Space Soldiers. So, ähm, wichtiger Moment. Ist sicherlich auch nochmal gehypt in der vorigen Runde, dass sie jetzt ein Comeback starten können und so weiter. Jetzt können sie sich aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen besprechen. Also ist nicht alles ganz schlecht gelaufen jetzt für Space Soldiers. AWP, 2 Farmers, 5 Alliance. Fuller Carbide von Space Soldiers. Engine hat nicht so viel Geld. Deswegen gibt es keine Nates für ihn. Das ist natürlich auch wieder der Tatsache geschuldet, dass Space Soldiers eliminiert wurden. Wenn er jetzt sagen könnte, wahrscheinlich hätte Engine es überlebt. Oder hätte es Engine überlebt, ähm, macht er da auf jeden Fall noch einen Kill. Denn irgendwo hätte er ja hingemusst. Die CTs waren einmal hier gestanden und einmal hier gestanden. Und er war da. Also, irgendeinen der beiden CTs hätte er killen müssen. Und weiß er nicht. Vielleicht ist das die Smoke, die Flash, die wir mit dem Schiffen gemacht haben. Spottet. Der wirkt einfach mal eine Nade rein. Macht aber mir sehr, sehr schade. Boah, Ranger war ja sowas von offen, Alter. Das hätte die Headshot durchgehen können. Centaris jetzt mit dem Headshot durchgehen können. Die Smoke wird in den Haus aus. Boah, Fabaneno löscht die T's aus. Nicht komplett. Denn einer ist ihm durchgerutscht. Das ist Engine. Vorhin war er auf dem AFK. Schauen wir mal, was Pass so anrichten kann. Das ist währenddessen Engine. Aber Pass intersettet die CTs auf dem Weg zum B-Spot. Und die Bombe wird nach A getragen. Glücklicher Umstand für Space Rangers, dass die Bombe gerade noch nicht auf dem B-Spot war. Impuls auf dem Weg nach A. Pass wartet schon ein bisschen. Ich hatte nicht gedacht, dass ein Gegner so in der Ecke steht. Drei Kills für Pass. 15 zu 6. Jetzt kommt Space Soldiers langsam wieder in Fahrt. Zwei Runden in Folge. Die CTs müssen uns saven. Space Soldiers kommt wahrscheinlich zu einem 15-7. Dann schauen wir mal, wie es nach der nächsten Waffenrunde weitergeht. Geiles Messer von Pass. I'm feeling thank you. Eins der vielen Zitate im CSGO-Jargon. Uhlala, Pass. Ganz knapp an Neno vorbeigeschossen. Bombe liegt noch sehr weit unten. Die T's tasten sich an den B-Spot dran. Ich habe jetzt der Mc10 erstmal einen schönen 360 gemacht. Und Pass wird rausgenommen. Da liegt jetzt also eine AK für die C-T's. Major hat was dagegen. Jetzt alle nach unten rennen und Major wirklich schnell killen und überrennen. Aber der hat schon Rifle-Eye-Support. Neno hat die AK bekommen. Jetzt werden sie die saven. Vielleicht kriegen sie nochmal einen Kill oder zwei. Ja, Emi klopft zumindest bei Xantarys an. Ich muss aufpassen, die Mc10 ist echt super stark gegen ungepolstete Targets. Am Ende kriegen sie drei Mc10, äh vier Mc10-Kills. Xantarys hat drei, Engine einen gemacht. Und sie eliminieren die AKs von Valions. Also 15 zu 7. Space Soldiers schließt weiter auf. Aber jetzt eben die wichtige nächste Waffenrolle. Gleichzeitig spielt WASD gegen, äh, gegen Heroic. WASD führt sogar 1 zu 0. Nach Maps 16 zu 6 haben sie auf Train gewonnen. Und es steht im Moment 7 zu 5 auf Nuke für WASD, die auf der T-Seite sind. Sehr interessantes Spiel auch dort. Falls wir früher fertig sind, werde ich natürlich wieder wechseln. Und, äh, wir können gleich auf den Vertrags-Förder. Eigentlich werden wir erstmal die Runde anschauen. Leider. Ich bin im Pool, aber vorzeitig. Lass das ein Kill. Oh, Lettny hat da sogar noch den Headshot gegen Calix verteilt. Hat der eine AK in der Hand? Und lebt er und Calix ist tot. Der Spot dann noch nicht eingenommen. Und ein 2-and-2. Also, da wird sich der Lettny etwas ärgern, dass sie vorhin keine AKs saven konnten. Und, äh, ja, Space Soldiers hat offensichtlich nicht die besten Verträge, die sie aber selbst unterschrieben haben irgendwann mal. Und sie werden sich selbst ins Bein schießen, wenn sie jetzt streiten. Also, sie haben selbst nichts davon. Womöglich drohen ihnen dann noch Vertragsstrafen. Und sie sind einfach kompetitive Spieler. Da geht es nicht immer so viel ums Geld. Natürlich willst du davon leben. Du willst gerecht bezahlt werden. Du merkst alle anderen um dich herum, die die gleiche oder ähnliche Leistung bringen, kriegen mehr Geld. Dann fühlst du dich ungerecht behandelt. Das kann nicht vollkommen nachvollziehen, ja. Ähm, jeder kennt so eine Situation aus seinem Privatleben oder Berufsumfeld. Und, ähm... Gleichzeitig... ...hätten sie auch nichts davon, wenn sie nicht spielen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Sie wollen ja, ähm, competen. Sie wollen um den Sieg spielen. Und sie wollen bei diesen Turnieren teilnehmen. Jetzt haben wir drei Spiele am B-Spot. Eine davon hat ihren vier dabei. Space Soldiers dreht sich aber wieder Richtung Mitte um. Oh, Major mit dem Anschluss gegen Emi. Ja, das mit dem Boost hat nicht so gut geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben. SpectatorSmoke herstellt. Ach, dass das fixbar wäre. Ja, so viele Sachen wären fixbar. Wie wär's mit dem Stalker, der sich in den Overcats anzeigen kann. Neno fällt gegen Major, der auf der AWP steht. Und Engine drückt schneller ab, aus der AWP in Finch. Ja, Hunter steht aber noch im Spot. Der macht doch noch mal zwei Keys. Two on two. Aber die sind so weit weg vom Spot, dass sie den Plan nicht verhindern können. Die T's werden also planen. Und was machen Lettmere und Impulse jetzt? Ein paar Waffen müssten rumliegen. Aber die liegen alle so, dass die T's sie dann, glaube ich, auch sehen können. Ja, Pass hat einen Winkel, der ist okay. Aber wenn sie durchrutschen, ist ein horizontales Tod. Ja, okay. Litany hat schon die Geier, äh, die Geier gefeiert. Der Loot-Geier wollte zuschlagen. Aber Pass macht kurz einen Prozess. 15 zu 9. Space Odis. Nur noch sechs Runden von der Overtime entfernt. Und wir haben die taktische Pause von Valiance, die jetzt gleich wieder einen Full-Buy haben werden. Und dann schauen wir mal, was sie so zustande bringen. Wir haben in dieser Halbzeit eine ähnliche Dynamik wie in der ersten Halbzeit. Inferno ist eigentlich eine CT-lastige Map. Wenn du ins Spiel kommst und du eine Eco aufbaust, also genug Geld aufbaust, die richtigen Blocknates hast, dann ist es verdammt schwer für die T's reinzukommen. Aber wenn die T's gut starten, wird es ganz schnell eine sehr einseitige Map für die T's. Denn die CT's haben dann oft nicht das Equipment, um zu blocken. Sie müssen früher saven. Sie sind anfälliger für Fehler. Und der T an sich kann dann auch mal den B-Rush spielen, weil er selbst genug Geld hat, um dann noch zwei-, dreimal nachzukaufen. Und so wird es dann sehr schwer für die CT's, eine ordentliche Seite mit einem Plan aufzustellen. Wir haben jetzt von Verlainz die Doppel-ABP. Ne, wo kommt denn die Banane? Oh, das war knapp. Meldler hatte eigentlich den Winkel. Und Impuls steht auf lang. Und jetzt hat Major sich Neno geschnappt am B-Spot. Impuls muss aufpassen. Er ist es immer zu haben für so einen kleinen Peak. Wenn der ein bisschen Support in der Mitte bekommt, ist der schneller aus der Mitte raus, als du schauen kannst. Spacer ist sehr geduldig gerade, die Aufstellung. Stehen sie zu dritt. Close an der Mitte. Impuls muss gleich hitten. Und Flashes. Aber er verschießt. Die kommen durch. Flashes ihn nochmal ab. Er kommt nicht um die Ecke. Und Hunter mit dem Kill gegen Kalix. Jetzt greift er hier. Hunter nochmal. Xantaris los. Er rennt rein wie ein Verrückter. Und will diesen Kill um Teufel. Äh, auf Teufel komm raus. Und das war sein Fehler am Ende. Jetzt Emi im 1 gegen 4. Chancen los. Konnte nicht mal vom B-Spot weit genug rotieren. Wenigstens kann er die AWP nochmal in die Hand nehmen. Ob er sie saven können wird. Kommt auf Space Soldiers drauf an. Er legt mal auf den CT-Spawn an. Läuft da auch rein. Jetzt wissen die Tees, wo er ist. Deswegen wechselt er nochmal die Position. Ah, den nächsten geschnappt. Mochberg geht hoch. Und von hinten kommt gleich Xantaris mit sich. Oh! Er überlebt sogar noch mit der AWP in der Hand. Und das war Gold wert. Er kann jetzt einem seiner Teammates nehmen. 4 droppen. Hunter kann selbst kaufen. Lettny auch. Impulse und Neno können dann Full-Equip schieben. Oh, sie saven. Also, sie upgraden ihre Pistes. Trotzdem noch die M4 für Lettny. Der hat sie selbst gekauft sogar. Ich hab das Gefühl, Lettny hat das ein bisschen falsch verstanden. Das muss ein Verständnis gewesen sein von Lettny. Dass er da die M4 kauft. Oh, und Amy mit dem Rocket Jump. Voll Nade Damage gefressen. 15 HP nur für ihn. Aber Hunter Kick Pass im Boiler Room. Amy tauscht die Waffe mit dem Puls. Der ist eh mit Main-AWP mit Neno. Oh nein! Impulstiming hat sich nicht schlecht. Und dann steht er auf offenem Feld. Amy jetzt mit 15 HP. Aber das reicht nicht für die Kills. Hunter ist zu spät. Ja, der Plant geht durch. Und, ja, sie können eigentlich nur hoffen, dass sie die Waffen saven. Einer muss saven. Hunter bleibt erstmal stehen. Hoffentlich dreht sich da keiner um. Oh. Oh. Oh nein! Der hat sich umgedreht. Schade. Ja, jetzt kommt es jetzt nicht mehr, um das Schiff nochmal Stress zu machen. Flasht nochmal raus. Die Flasht war leider für die Katz. Aber dadurch hat er Lettny genug Zeit rausgeholt. Damit der wenigstens am Leben bleibt. Und dadurch können sie jetzt einen Full-Ball machen. Also, es ging nochmal glimpflich aus für The Alliance. Aber ich hatte den Ninja-Defuse schon gesehen. Sehr geduldig gespielt von Hunter. Die Idee war goldrichtig. Wer hätte defusen können, ohne dass sie es gecheckt hätten. Aber Valais rutscht die massive Führung durch die Finger. Und jetzt ist Underdog. Ja, in ihrem Kopf habe ich sicher 50-50-Chancen ausgerechnet. Sie sind sehr confident. Man muss sich seinen eigenen Grenzen immer bewusst sein. Aber es ist für den Underdog natürlich dann schwer zu verkraften, wenn man dann 2, 4, 6, 7 Runden in Folge verliert. fangen sie jetzt an, an sich zu zweifeln. Emi steht trotzdem noch sehr confident. Sie drängen die T's aus der Banane. Also, beziehungsweise sie verlangsamen die Banane. Emi jetzt Oh, der killt Major auch noch von seinem eigenen Teammate angeschossen. Das war weniger schlimm. Und Panther muss jetzt gegen den Spawn arbeiten. Wow, pass. Huhu. Ja, kurz mal umgedreht. Jetzt kommt der B-Split. Ach, die Bombe. Schaut euch die Bombe an. 20 Sekunden auf der Uhr. Valais gewinnt dieses Spiel gegen Space Soldiers. 16 zu 11. Die Bombe liegt noch am Spawn. Engine ärgert sich grün und blau. Die CTs müssen einfach nur stehen bleiben. Ja, Neno kann sogar Engine noch mal das hätte er gar nicht gebraucht. Lettney bleibt stehen und Valais gewinnt gegen Space Soldiers die erste Map Inferno. Es war ihr Mapp-Pick aus einem Grund. Sie fühlen sich hier mega gut zu Hause. Also, auf Inferno ist kein Gras gewachsen gegen Valais zumindest keins aus der Türkei. Die Kasachen von Gambit haben vorher noch gewonnen, aber auch sehr knapp 16-14 und ich bin mehr als gespannt auf Mirage. Was kann Valais da zeigen? Wer wird sie da carryen? Brauchen sie den Carry oder nicht? Gast.